Musik Ich grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News und wenn ihr mehr up to date bleiben wollt, dann hinterlasst geht ein Abo auf diesen Kanal. Wir beginnen wie immer mit Total War Warhammer 3 und zwar 1.2 kommt nächste Woche raus und es werden die neuen Regiments of Wainon und die neuen Fixes ebenfalls vorgestellt. Und eventuell kommt auch noch etwas kleines anderes hinzu, aber dazu gleich mehr. Ja, Intel Grafik zu schwach, Total War Warhammer 3, nicht für Intel MacBooks, die müsste eigentlich jetzt noch stehen, geeignet. Die Macs mit einem Intel GPU sind laut Entwickler zu leistungsschwach. An dieser Lösung wird noch weiter gearbeitet. Aber es gibt leider inzwischen sehr schwere Probleme für alle, die Macs haben mit einer Intel GPU. Total Warhammer 3, 3 Monate später, es hat sich viel getan, aber auch genug. Und dieser Artikel, der ist bei GameStar von dem Fabiano. Das meiste, das er hier schreibt, das ist auch alles verständlich. Da kann man dem auch nur zustimmen. Ja, da hat er eine gute Meinung. Allerdings habe ich dann hier, wo ist das hier, habe ich dann doch seine Meinung hier gelesen. Und zwar heißt es, ich zitiere, doch Sätze wie, das hätte so nicht erscheinen dürfen, halte ich persönlich für vollkommen überzogen. Ist das zu fassen, so was? Ist das zu fassen? Ja, komm, lass uns bleiben. Ja, okay, sag mir das Maul halten. Du bist so bescheuert, du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Wir kommen zum nächsten Thema. Und ähm, Great Book of Watches hat zwei Videos gemacht. Und in dem einen gibt es einen Leak. Und zwar sollen Nkari und Wulfric verschoben werden. Gut, der Nkari, der soll irgendwo, also entweder in die Nähe von Ultuan, soll er kommen. Oder sogar direkt nach Ultuan soll er kommen. Eins von beiden. Bei dem Wulfric weiß man das noch nicht so genau, wo der hinkommen wird. Aber er wird, ähm, auch eine neue Startposition bekommt. Aber, äh, das mit Nkari, das, ja, weiß ich jetzt nicht, warum man das gemacht hat. Es gibt natürlich, äh, sehr viel gemeinsame Lore mit Nkari, äh, Tyrion und Taklis. Die sind sich ja schon sehr oft begegnet. Und ja, vielleicht ist das irgendwie für CA so ein bisschen der Grund, den Nkari da an die Elfen weiter heranzuschieben. Äh, dann hat er noch ein Video gemacht. Und zwar wird diese Woche, oder beziehungsweise seit dieser Woche, wird fleißig spekuliert, ob CA jetzt wenigstens die alten Völker reaktivieren möchte. Und zwar in der aktuellen Reiche des Chaos Kampagne. Das kann natürlich gut sein. Wäre eine kleine Option. Äh, das ist natürlich immer noch nicht die große Kampagnenkarte. Äh, also wird jetzt auch nicht so den großen Einklang finden. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit für CA. Aber dass das jetzt schon mit dem, äh, nächsten Patch 1.2 passieren wird, das, äh, glaube ich nicht. Obwohl da ein oder andere, da könnte das, da könnte das eventuell passieren. Aber ich persönlich glaube das nicht. Aber müssen wir einfach mal abwarten. Die nächsten beiden Videos haben dieselben Themen. Und zwar, Walmart 3 macht gerade einen riesigen Fehler. Ja, das habe ich hier auch angegangen in meinem Video. Und der gute Maurice von GameStar, der hat dazu auch ein Video gemacht. Könnt ihr euch beide gerne reinziehen. Und für Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall gibt es einen kleinen Trailer. Und zwar, ähm, wird Tempest Fall jetzt auch für Meta Quest 2 erscheinen. Und das ist dieses Ding hier. Das gibt es in verschiedenen Versionen. Und Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall ist ein VR-exklusiver Titel. Den habe ich übrigens auch mal Let's Played. Könnt ihr euch hier gerne mal reinziehen. Falls euch dafür interessiert. Und dann habe ich eine neue Reaktion gemacht. Und zwar auf Dice. Das war super an der Warhammer Lore. Weil ich finde, dass immer noch vieles super an der Warhammer Lore ist. Und nicht wahr. Und dann gibt es noch jede Menge Lore. Und zwar einmal von Raikir. Die Marine der Zwerge. Und Balduins Bücherwelt war auch wieder fleißig. Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir. Sehen wir uns wieder im nächsten Video. Oder im Livestream. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.